Moinsen! Hallo! Hallo! So, ich kann ungefähr bis ähm... ...bis 19 Uhr circa. Also ich sag mal zwei Runden gehen rein. Oh. Ja, knapp. Jetzt. Das wollen wir jetzt zwei Längerungen spielen. Dann nur eine, ne? Ey. Ist ja dein Battle Pass. Ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Da sind sie! Beben! Der Stirn. Der Schinden. Genau hier. Genau hier. Schiff! Der Engelste Fallen. Lade nach! Oh nein, ich bin dumm! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Explosion! Tilt! 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 Halt! Ja kenn. Ja hier wurden... wonder im Sharp purgen oder im Nardpfeiß. Ja. Habt ihr gut gemacht. Danke! Danke! Ich find du hast doch sehr gut die Granate gecatcht. Danke! Ich dachte, ihm wär lang reingeflogen. In expansions 1500!! Sch yeah mate! Naja! Ja, mich hat sie auch getroffen. Aber du hattest mich gut und spürst vor der Sage! eigentlich wollte ich dort eine radar machen das war die einzige die ich nicht gefunden habe ich habe nur 84 gemacht also einer ist hinter dem dingern auch da war noch einer das ist nicht gut auch dieses fadenkreuz sagt nie wieder was für sein fadenkreuz das ist okay das ist immer wir brauchen das alle du bist ein wahrer anführer brauchst du einen halben code dafür damit du das anzeigen kannst weißt du wie alle so mit classic fadenkreuz und einem punkt und er mit seinem chat fadenkreuz wie heißt du es? chat mit d möchtet ihr ein double doss ich kann euch flashen ich schlage schnell und hart zu ich habe da gerade böse erfahrungen gemacht aber ja sage ist wieder auf b cool sage ist im fenster drin ach komm ich habe sie auch im kopf getroffen sage oben raise auf c scheiße auf c zugen double doss man kann ja gar nicht mehr springen wenn man bei dem ice ding ist nur so ganz leicht ne ja ich konnte dann die stufe nicht mehr hoch ok double doss habe ich auch eine schwierige erfahrung gemacht gerade nach also A war gut das pusht aber auch keiner von denen wir sind alle double doss drin ne oh mach da nicht ah da kommen die pusher wenn die smoke nicht gewesen wärst du tot wahrscheinlich die ist close ist gerade gesmoked für dich die kann aber bestimmt gucken noch 30 sekunden von oben raus links direkt ganz oh man kann sich nachladen ah was warum ist der denn da wieso steht der da habt ihr nicht auch nachladen gehört ich dachte der wäre irgendwie auf c ja ich deswegen wollte ich den dings dahin werfen dass der mich nicht pusht während ich plant in den 20 sekunden plötzlich siehst du sein head äh sein headphone äh sein rücken das war unangenehm scheiße ja ich hab headphones aber ich hab echt gedacht dass der in double doss nachgeladen hat ja ich dachte der steht oben drin geht dann mit mir auf b sonnen ich bin mit out why ich bin mit out pflanzen Luise ین oa wahah diese Waffe diese waffe ich hab die da doch durchbekommen ja sie kommt von hinten Letzter Leben der Verbündeter. Keine Sorge, wir haben C. Der hat sogar vollgebe... 1,4, immerhin kann er vielleicht nächste Runde kaufen. Och Roland. Roland! Hat er jetzt ein anderes Vornkreuz? Nein. Ace, Ace, Ace. Nope. Ansonsten will ich das jetzt salen. Noch 30 Sekunden. Wir werden jetzt eh. Warum? Also... Kann ich jetzt genauso fragen. Vor allem hat er diese Scheiße geschrieben. Keiner hat mehr Feuerkraft! Ich pack das! Und hat 100 zu wenig. Ah. Roland! Einmal mal guck ich. Roland, warum? Tja, Christian, ich hab nach der ersten Runde auch nichts mehr gerissen. Wie bitte? Ich hab nach der ersten Runde auch nichts mehr gerissen. Ja. 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 Ich könnte Ulten aber... Ja, du könntest uns damit Zeit kaufen. Im Angriff oder Verteidigung? Wie willst du? Beides. Ah, das ist aber scheiße hier. Kann dir flashen. Geblendet! Blendverlade los! Oben, oben. The Heaven. Ich kann so nicht mehr drauf. Geblendet! Ja, das weg hier. Ah, okay. Geh zu C! Robo kommt zurück! Ich hab die Löweesbarn. Ich hab die Löweesbarn. Keine Fräulein. Keine Fräulein. Na? Nein! Der Spock! Das wollte meine Bomben oben. Also, was aufhören ist? Ja! Ja, ich pinge. Das ist ein Malheim. Vor allem hast du doch Philong. Letzter Reden der Verbündeten. Ja, ich kam da nicht mehr weg, leider. Das ist ja ein süßer Anhänger. Lass den Himmel leuchten! Ein Gegner übrig. Schade. Ich dachte gerade, er den erwischt, aber no. Ich auch rot. Hä, was hat der denn anders gepinkt? Das ist doch Philong jetzt. Are you stupid? Hä? Was geht mit dem? Ein Plan. Knallt einfach die Bösen ab. Bring that moron. Yes, Lineups. Ja, wegen seinen scheiß Granaten. Ja. War nicht die Situation dafür. Okay, ich hatte 20 Sekunden, wurde gepusht. Was? Wo? Oh shit. Da. Geh, knall an den Boden. Noll. Hast du's gesehen? Ja. Die Ferne sind heute. Das war der Links. Nein. Nein, wieso prallt die denn? Wo ist die denn hingezogen? Nein, wie die abgeprallt. Ja, was ist das denn? Mann, das Ding hüpft einfach ins Nichts. Rauch ist raus. Ein Schalm habe ich Erased gemacht. Ich bin weg hier. Und drei, zwei, eins. Achso, ich muss ihn noch melden. Kein Flame. Jetzt kommt's aufgehend. Ah, ja stimmt. Mein Köcher ist nie frei. No, auch nicht. Ich war so doof, ich hab nur halb gekauft. Ich kann Pistols kaufen. Oh, er forced. Ich spare noch. Starke Leistung. Wann holen sie ihn? Nur kurz gucken. Das ist der Weg. Wir holen wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, fuck. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, nee. Links, links, links. Oh. Ich hab nur noch der Exe geguckt. Jetzt hab ich's nicht gesehen. Oh, jetzt hab ich seine Markierung gesehen. Behind. Da war ich ne Wendel, hä? Fuck. Oh. Ich weiß genau, wo ihr seid. Guckt er? Auf geht's! Letzter lebender Verbindung. Oh. Oh. XDDDDD. Ja, ich hatte vergessen, dass die Mine da ist. Mein Fehler. Keine Zweifel mehr. Wir sind bereit. Ich war überfordert. Wait to wait. Ich wollte eigentlich nen Backstab machen und wusste nicht, dass schon alle drauf sind. Äh. Gut. Gut. Ja. Passiert. Taktik schlägt Feuerkraft. Nutzer. 120 hab ich dem Cypher gemacht. War ja noch knapp. Gossi. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal. Dieses Sage. Nichts. Links oder rechts? Rechts. Gegner an Burs. Steht wegbereit. Lade nach. Ja, lass doch da hingehen. Platziere Punkt. Ja. Dafür lass doch nicht hingehen. Ahahaha. Wow. Die Jakt beginnt. Ah. Ein Gegner übrig. Das war fast peinlich. Woher? Wo ist der Rey now? Decke Gebiet auf. Genau hier. Genau hier. Genau hier. Genau hier. Direkt hier. Doppel doors. Doppel doors. Keine Idee mehr. Ist ja schon wieder Ulti. Ja. Ne. Ich mach viele Kills. Dich nicht. Ich bin immer noch bei den zwei von Anfang. Du kommst ja in der zweiten Hälfte oder immer. Ne. Doch. Nein. Doch. Ich versteh nicht. Wollen wir schon wieder gegen Platini spielen? Lasst uns jagen. Lasst uns jagen. Geschützturm steht. Beben. Rauch ist raus. Warte los. Lade nach. Inklusion. Geht in Deckung. Ganz laut. Ich weiß. Lass den Himmel leuchten. Lass den Himmel leuchten. Bein steh. Ich hab mich dann geschützt. Okay. Oh, lass mich hier weg. Nein. Molly. Das will ich sehen. Letzter Leben der Verbündeter. Ah. 39. Ich hab's doch gar nicht getroffen. Okay. Gut geschossen. Also. Der Brim jetzt. Ja. Der hätte die Swox gelernt. Doch. Ich fänd das aber schwierig. Einfach in den Händel zu zielen. Bleib bei meinem Sinn. Du hast ja irgendeine Mauerritze. Und dann springst du einmal. Und sowas. Ich glaub hier auch. Du orientierst dich an der Position. Guckst in die Richtung. Und dann. Zwei Zentimeter nach links. Zwei Zentimeter nach oben. Ah. Nicht schlecht. Funktioniert glaub ich genauso. Also. Ich bin genauso faul. So ne Scheiße zu lernen. Ich rüste mich aus. Ich will einfach nur spielen. Ich will hier die kleine Raketenwissenschaften treiben. Geschützturm steht. Deswegen ja. Spielen wir auch eins erst mal. No. Erschütterung. Stimpak hier. 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 Oh shit ist ein Neuro. Stimpak hier. Oh du bist... Sorry. Oh shit. Oh shit. Oh das war ja fett. Ach ganz links. Letzter lebender Verbündeter. weg ich habe mich denn schon wieder Cypher getroffen, der hat mich da von hinten gemacht agiert gemäß meinen Infos, lasst ihnen keine Zeit zur Neuposition ich habe Cypher 35 gemacht, aber er hat mich von hinten gefüllt ich verstehe es nicht die nächste Runde ich will die nächste Runde ich bin der schlau ich bin der Schlau ich bin der Schlau Oh man, der Sage 126, das gibt's doch nicht. Letzte Runde vor dem Wechsel. Haut alles raus. Brauche Ausrüstung. Also C funktioniert nicht so gut. Das Planten funktioniert. Ja, aber das danach nicht. Bin soweit. Nein. Alles gut. äh racer c auch im anmarsch ihr werdet meine verbündeten nicht töten seitenwechsel starke leistung du hast recht, wir haben doch zwei Runden Verlängerung war vielleicht ein falscher Spoiler aber vielleicht ja für die nächste Runde gut, hör auf Killjoy, ich zähle auf deinen Grips Gegner gesichtet immer rüber gewinnen erledigt geblendet der Eisraum ist vorbei jetzt go rein, 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 rein blendramatelos geblendet geblendet robo zu mir krass das hat nur ne klässig jetzt hab ich ne pinke mit nem Eistütchen dran mit nem Eistütchen dran geschützturm steht schluss jetzt siehst du was? ich bin defensiv aber hier sind Steps vorsichtig der Engel ist gefa- oah, mindestens zwei weiterer der ist lang fucking Raze hehehehe so will ich das sehen giss fuck it down vertrau mir den Schlag sehen sie kommen den Schlag sehen sie kommen die Sprünge so ewig immer gemacht die Sprünge so ewig immer gemacht C C sagt er maybe, maybe stay garish aber da kommt nix guckst du war da ja ich bleib beide hier ja, voll spike auf long spike hallo, bin ich ja so das gibt's ja nicht ein Gegner übrig haha, das gibt's doch wo ist sie? tot meine Raze ja doch, haben wir ich hab grad mal ne Blend gemacht ich hab grad mal ne Blend gemacht also heut läuft's mit vielstens nach dem Tod sobald meine Rauchwolken dem Gegner die Sicht versperren laufen wir los jetzt tauschen wir mhm ich könnte auch ne ähm ne 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 ich möchte im Moment fern oh, drei Tote noch hm Ladung raus hier war einer Smoke C gefunden äh B sind die Geschützturm zerstört die 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 Hör auf dich! Geblendet! Ja genau! Ein Gegner übrig! Letztes Mal double. Oder bei dir? Sie ist hier bei mir. Wieso? Ist sie hier? Ja. Sehr schön. Das war jetzt noch eine Ecke von denen, oder? Denkt daran, da draußen miteinander zu reden. Weiß ich nicht. Ja doch, Pistol hat der sci-fi eingesetzt zumindest. Und bei der anderen weiß ich's nicht. Ich geb einen aus. Brauche Ausrüstung. Danke. Oho, er versteht's. Jemand, der seine... Geschützturm steht! Der 10 Stunden YouTube-Videos schaut, um seinen Spots zu leeren, wird wahrscheinlich auch das verstehen. Platziere Alarmbot! Platziere Nanoschwarf! Und in der zweiten Runde schon mad wird, weil du an der falschen Stelle geplandet hast, weil du nicht dieselben Geschützturm steht. Platziere Nanoschwarf! Wir haben dann wieder mindestens zwei. Da! Genau hier! Erschütterung! Ach nee! Ich hab den schon über den Klo gekült! Ich dachte, ihr guckt doch! Nee, ich war defensiv, sorry. My bad. Ja guck mal, der Hansuk hat auch die Spots, die Videos geschaut. Spike platziert! Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Nein! Stimmt! Letzter Leben der Verbündeter! Weg vom Flick! What?! Das ist recht. Das sind zwei. Stimmt, schau. Geht in Deckung! Das war beides. Ah ja, ich war aber auch schlecht. Ich hab eigentlich zwei töten müssen. Meine Knie kann ich dann da wegschmeißen. Also ich war ein Freekill, weil... Ja, ich wusste nicht, dass du so stehst. Das war dumm von mir. Hä, warum ist Hanse denn jetzt hier? Irgendwas hat er gesagt, aber ich weiß nicht was. Ja toll. Dann hau ich auf. Irgendwas flüstert der da. Sieht der was, oder? Nö, der macht einfach random. Aber es klappt. Ja, Gis bleibt mir lieber. Hier. Ah, neben mir! What? Double Door ist durch. Okay, sorry. Nein, alles gut. Nee, ich hab... Ich dachte, die werden uns... Was? War bitter, dass sie genau die einzige Lücke ausgenutzt haben, die es gab. Das muss ja nicht sein. Spike, platziert! Warte los! Gleich kracht's! Sie raises ja low. Ja, auch im Anmarsch. Decke Gebiet aus, one foot. Auf geht's! Bis dann! Ein Gegner übrig! Nice! Lade nach! Es ist vorbei! Bäm! Vermiesen wir ihnen den Tag. platziere vielleicht eine lüge dass ich gelogen habe eine lüge ich wollte zählen ich auch ich brauche nichts schockpfeil schockpfeil platziere nanoschwarm nanoschwarm raus gegner gedichtet schockpfeil 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 hä ich hab sci-fi gesehen aber links getötet der war hier ich sci-fi müsste eigentlich low sein schockpfeil holgo kommt zurück oh gott na hatten die einige geforst die hat nur waffen ja also sie können alle nicht mehr kaufen jetzt legen wir los ist einer von euch gestorben den ich kaufen kann ich dachte ich bin zusammen aber jetzt machen die sich gegenseitig fertig einer hier naja es war noch andere ja vorne noch andere ich hab gerade auf die minimap geguckt als da alle köpfe auftauchten ich hab da keinen gesehen guck mal, wir wären 615 aber da steht 161 oh wenn ich einmal sterbe, hab ich das auch ich lauf da jetzt rein hey nein komm lauf rein ich schmeiß den Raun noch hinterher hä? ah ich war gerade verwirrt dass du hinter mir warst ne ich lauf da nicht rein alle zusammen du willst das doch auch willst du pieken? ja ich pieke da ist nix nicht Karo? what? ist der gepusht? ja ich geh mal B wenn du da irgendwas siehst lass den Himmel leuchten ok wieso ultet der immer so doof 2 mitte ich weiß genau wo ihr seid zu viele mitte nanoswarn abgeschützt und zerstört du hast ja nicht dieselben YouTube wie das gesehen wie er chris also ne? ooooooooo spike platziert das war aber nicht B ne? ich glaub hinter dir ja ja ich glaub du hast keine Zeit mehr oder? ja jetzt wird's schön platziere Punkt uff oh mein Gott ey wenn zwei Flamer aufeinander treffen ja oh man Leute ähm geschützturm steht ich weiß nicht was glauben sie wo ich abgieß ne? lade nach smoke table los schicke Drohne los ich hab nichts gesehen wie es ich geh decke gebiet auf schock pfeil gegner gesichtet oh wir sind schock pfeil na ja schicke 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 ob ich aufhine schicke nach schicke 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 Ja, dann geh mal wieder rüber, oder? So, A. A. Shit. So, du kommst zurück. Aua. Noch 30 Sekunden. So. Komm, Leute. Lass doch mal an die Zapporten. Oh ja, sagt der ja. Nice. Jetzt zieht er überdurch. Oh. Ja, das war nice. Das war richtig geil getimt. Die Posi war auch so gut, die mussten ganz weit weglaufen. Ja, das war richtig killer. Ich hatte eigentlich noch vor, wenn du fertig bist, selber zu ulten, aber... Ja, dann hab ich gesehen, wie du reingelaufen bist und dann dachte ich mir, ja gut. Geschützturm steht. Der Junge macht... der macht das Solo hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil klappt. Ja, das war richtig geil. Die mussten ja wirklich so weit weg. Ja, mach mal. Die Jagd beginnt. Ich blende die extra. Das war bei uns, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hab sie gefunden. Wiesen. Abgeschaut. Türmchen kaputt. Und Tschüss. Oh, man kann auch von irgendwo kommen, oder? Ich weiß es nicht. Ein Gegner übrig. Oben ist tot. 10. Gute Arbeit. Ich brafe hier. Das ist jetzt bin ich hier der Ultsparer, aber ich wollte nicht. Matchpunkt! Ihr Winter ist gekommen. Begraben Sie. Ich geb einen aus. Hätte ich nicht gedacht. Achso, er hat gelockt. Dass wir in Defense so rocken. Für Plan B. Ich kann ja Tiere zeichnen damit. Jetzt wird er ganz verrückt. Au, okay. Zeit für Unentschieden. Jetzt hab ich meine Ulti nie verwendet. Shit. Nice. Ich glaub, der wartet, der Hanso, das zu planen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Oh. Was war das denn? Doch kein Unentschieden. Ein Gegner übrig. Okay, doch kein Unentschieden. Spring. Spring. Oh. Ich bin der Jäger. Seid ihr beide... Ihr fickt euch sterbeklebt. Danke. Danke. Ich will ja nix sagen, aber... Das waren schon richtige Schwuchteln. Ey, ey, ey. Nix gegen Schwuchteln. Guck sie dir doch an. Das war ein richtiger Wichs, aber anders. Nun. Jetzt haben wir die höchstmögliche Anzahl an Runden ohne Verlängerung gespielt. Ist trotzdem noch Platz für eine weitere Runde. Ja. Ja, komm schnell.